Seit über 65 Jahren ist Bayrol der Experte im Bereich der Wasserpflege, im Bereich Schwimmbad und Whirlpool. Und vor über 40 Jahren hat Bayrol damit begonnen, hochwertige automatische Dosiersysteme für diesen Zweck zu entwickeln. Heute kann Bayrol eine breite Palette an automatischen Dosiersystemen für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle präsentieren. Unser Ziel war es dabei jeher, jedem Kunden die schlichtweg beste Lösung anzubieten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.